Die Hochdaten, Hochzeiten, Mottofaktis oder ihre ganz persönliche Feierabendung ist hier fest, so wie wir es garantieren. Regarieren Sie am besten gleich Ihren Termin. Der Telefonkantel 0472 681 700. Musik-Verfahren hier digitim für Eifel und Eurigil. Hier können auch Sie den Radio bringen. Die Trabung bei Radio 700. Jetzt bekommen wir ein Termin. 0032 055 055. Hier und Radio 700. Das Wecker. Nach Hebelauswirkender war es für richtig schöner Wochenendeauftrag. Wieder eine Lüchung aus vielen Minuten, aber auch die Lüchung von der Lüchung. Die Lüchung ist seit Wochen bei Wichtskraften von 18 Grad heute Nachmittag in Euskland und im Stahlgast. Und 13 Grad im Sonnwetter und im Mechernicht. Am Abend in einer Nacht sind wir in diesem Wolken und der Lüchung ist klar auf die Terrasse. Deshalb auf 8 bis 5 Grad. Auch am Sonntag nur wenig Wettererinnerung. Bis die Lüchung bleibt uns die freundliche Herbstwetterperiode. Mit vielen freundlichen Abschritten und reichlich Sonnenschein erhalten. In der Früh ist wie gemütlich tagsüber Hüchstwerte von 14 bis 13 Grad. Radio 700, Service. Keine Verkehrsstörungen aktuell, wir von Radio 700 präsentieren. Eine gute Fahrt. Es ist 5 vor 9. Radio 700. Nachrichten. Mit Michael Koch noch guten Morgen. Nach dem VW-Abgasskandal wollen die Behörden in den USA und in Europa die Emissionstests für Autos verschärfen.